Abschnitt 1 von Lustige Geschichten Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Rocktai Eine schreckliche Nacht von Anton Tchekow Übersetzt von Alexander Eliasberg Ivan Petrovich Panischidin erblasste, schraubte den Lampen dort hinunter und begann mit erregter Stimme. Dichte Finsternis hielt die Erde umfangen, als ich in der Weihnachtsnacht 1883 von meinem inzwischen verstorbenen Freund heimkehrte, bei dem wir eine spiritistische Sitzung abgehalten hatten. Alle Gassen, durch die ich ging, waren aus irgendeinem Grunde nicht beleuchtet und ich musste mich beinahe vorwärts tasten. Ich wohnte damals in Moskau, dicht neben der Kirche Maria Himmelfahrt auf den Gräbern, im Hause des Beamten Trubhof, also in einer der entlegensten Gegenden des Abertsstadtteils. Während ich heimging, bedrückten mich schwere Gedanken. Dein Leben geht seinem Ende entgegen, »Tue, Buße!« So lautete der Satz, den mir bei der Sitzung Spinoza sagte, dessen Geist zu zitieren uns gelungen war. Ich bat ihn, die Worte zu wiederholen, und die Untertasse wiederholte sie nicht nur, sondern fügte noch hinzu, »Heute Nacht!« Ich glaube nicht an den Spiritismus, doch der Gedanke an den Tod, selbst jeder Hinweis auf ihn, versetzte mich in Trauer. Der Tod meiner Herrschaften ist unvermeidlich, er ist alltäglich, und doch ist der Gedanke an ihn, der Natur des Menschen zuwider. Aber damals, als mich die undurchdringliche, kalte Finsternis einhüllte, vor meinen Augen die Regentropfen wirbelten, und ich weit und breit keine lebendige Seele sah und keine Menschenstimme hörte, war meine Seele von einem ungewissen, unfassbaren Grauen erfüllt. Ich, der ich sonst frei von Vorurteilen bin, eilte vorwärts und fürchtete, zurückzublicken oder auf die Seite zu schauen. Es war mir, als müsste ich, wenn ich zurückblickte, unbedingt den Tod in Gestalt eines Gespenstes sehen. Panischidin seufzte kurz auf, trank einen Schluck Wasser und fuhr fort. Dieses ungewisse, doch ihnen begreifliche Grauen verließ mich auch dann nicht, als ich den dritten Stock des Trubhoffschen Hauses erstiegen, die Türe geöffnet und mein Zimmer betreten hatte. In meiner bescheidenen Behausung war es finster. Der Wind heulte im Ofen und klopfte gegen die Luftklappe, als begehrte er Einlass ins warme Zimmer. Wenn Spinoza die Wahrheit gesprochen hat, sagte ich mir lächelnd, so werde ich heute Nacht, während der Wind so weint, sterben müssen. Es ist doch recht unheimlich. Ich entzündete ein Streichholz. Ein wilder Windstoß lief über das Hausdach. Das leise Weinen wurde zu einem wütenden Gebrüll. Irgendwo unten klapperte ein Fensterladen, den der Wind schon halb von den Angeln gerissen hatte, und die Luftklappe meines Ofens winselte jämmerlich um Hilfe. Wie mag es wohl in einer solchen Nacht einem Obdachlosen zumute sein, dachte ich mir. Es war aber nicht die Zeit für ähnliche Betrachtungen. Als der Schwefel an meinem Zündholz mit einer bläulichen Flamme aufleuchtete und ich mich in meinem Zimmer umsah, bot sich meinen Augen ein unerwarteter und schrecklicher Anblick. Wie schade, dass der Windstoß mein Zündholz nicht erreichte. Dann hätte ich vielleicht gar nichts erblickt und meine Haare stünden nicht zu Berge. Ich schrie auf, taumelte einen Schritt zurück und schloss, von Verzweiflung und Erstaunen erfüllt, die Augen. In der Mitte meines Zimmers stand ein Sarg. Das blaue Flämmchen brannte nur kurz, doch ich hatte die Zeit, die Umrisse des Sarges zu unterscheiden. Ich sah den rosa getönten, glitzernden Silberbrokat, mit dem der Sarg überzogen war. Ich sah das goldene Kreuz auf dem Deckel. Es gibt Dinge, meine Herrschaften, die sich tief unserem Gedächtnis einprägen, selbst, wenn wir sie nur einen kurzen Augenblick gesehen haben. So war es auch mit diesem Sarg. Ich sah ihn nur eine Sekunde lang, kann mich aber seiner in allen Einzelheiten erinnern. Der Sarg war für einen Menschen von mittlerem Wuchs bestimmt, der rosa Farbe nachzuschließen, wohl für ein junges Mädchen, der kostbare Silberbrokat, die Füße und Griffe aus Bronze. Alles sprach dafür, dass es sich um eine vermögende Leiche handelte. Ich stürzte wie wahnsinnig aus meinem Zimmer und rannte, ohne zu denken, ohne zu überlegen, nur von unbeschreiblicher Angst erfüllt, die Treppe hinunter. Im Korridor und auf der Treppe war es finster. Ich trat immer auf die Schöße meines Pelzmantels und es ist einfach erstaunlich, daß ich mir dabei nicht das Genick brach. Mein Herz klopfte furchtbar, mein Atem stockte. Eine der Zuhörerinnen schraubte den Lampen dort wieder hinauf, rückte näher an den Erzählenden heran und dieser fuhr fort. Ich würde mich nicht gewundert haben, wenn ich in meinem Zimmer eine Feuersbrunst einen Dieb oder einen tollen Hund angetroffen hätte. Auch nicht, wenn die Decke und der Fußboden eingestürzt und die Mauern umgefallen wären. Dies alles ist natürlich und begreiflich. Wie konnte aber in mein Zimmer der Sarg geraten sein? Wo kam er her? Ein teurer, offenbar für eine junge Aristokratin bestimmter Sarg. Wie konnte er in das armselige Zimmer eines bescheidenen Beamten gekommen sein? Ist er leer? Oder liegt in ihm eine Leiche? Wer ist diese so früh aus dem Leben geschiedene reiche Dame, die mir einen so seltsamen und schrecklichen Besuch abgestattet hat? Ein qualvolles Geheimnis. Wenn es kein Wunder ist, so ist es ein Verbrechen, ging es mir blitzartig durch den Kopf. Ich war ganz ratlos. Meine Türe war während meiner Abwesenheit abgeschlossen gewesen, und der Schlüssel hatte sich an einer Stelle befunden, die nur meinen nächsten Freunden bekannt war. Der Sarg war doch nicht von meinen Freunden auf mein Zimmer gebracht worden. Man könnte annehmen, dass der Sargmacher den Sarg aus Versehen in mein Zimmer gebracht hatte. Er hätte sich im Stockwerk oder in der Türe irren und den Sarg in eine falsche Wohnung abliefern können. Wer weiß aber nicht, dass unsere Sargmacher niemals das Zimmer verlassen, ehe sie das Geld für ihre Arbeit oder wenigstens ein Trinkgeld bekommen haben. Die Geister haben mir den Tod prophezeit, dachte ich mir. Vielleicht haben sie mich auch gleich mit einem Sarge versorgt? Meine Herrschaften, ich glaubte niemals an den Spiritismus und glaube auch heute nicht an ihn. Doch so ein Zufall kann selbst einen Philosophen in eine mystische Stimmung versetzen. Das ist aber so furchtbar dumm und ich bin ängstlich wie ein Schuljunge, sagte ich mir. Es war nur eine optische Täuschung und sonst nichts. Auf dem Heimwege befand ich mich in einer so düsteren Stimmung, dass es gar kein Wunder ist, wenn meine kranken Nerven einen Sarg zu sehen vermeinten. Natürlich eine optische Täuschung. Was denn sonst? Der Regen peitschte mich ins Gesicht und der Wind zerrte wütend an meinen Schößen und meiner Mütze. Ich war ganz durchfroren und durchnäßt. Ich musste doch irgendwo hingehen. Doch wohin? Nach Hause zurückkehren hieße doch, sich dem Risiko aussetzen, wieder den Sarg zu sehen. Dieser Anblick ging aber über meine Kraft. Ohne eine lebende Seele in meiner Nähe zu haben, ohne eine Stimme zu hören, hätte ich, wenn ich mit dem Sarg, in dem vielleicht auch eine Leiche lag, allein geblieben wäre, verrückt werden können. Es war aber auch unmöglich, im Regen und in der Kälte auf der Straße zu bleiben. Ich entschloss mich, zu meinem Freunde Upokoviev zu gehen, der sich, wie Sie wissen, später erschossen hat und bei ihm zu übernachten. Er lebte in der Pension Sherepov in der Totengasse. Panischidin wischte sich den kalten Schweiß vom Gesicht, seufzte schwer auf und fuhr fort. Ich traf meinen Freund nicht an. Nachdem ich angeklopft und mich überzeugt hatte, dass er nicht zu Hause war, fand ich auf dem Pfosten über der Türe den Schlüssel und trat ein. Ich warf meinen durchnästen Pelzmantel auf den Fußboden, fand im finstern tastend das Sofa und setzte mich hin, um auszuruhen. Es war stockfinster. Im Ventilator summte traurig der Wind, im Ofen zirpte eintönig das Heimchen, im Kreml fing man eben an, zur Weihnachtsmesse zu läuten. Ich beeilte mich, ein Zündholz anzustecken. Das Licht befreite mich jedoch nicht von der düsteren Stimmung, sondern im Gegenteil. Ein schreckliches, unsagbares Grauen bemächtigte sich meiner von Neuem. Ich schrie auf, wankte und verließ halbbewusstlos das Zimmer. Im Zimmer meines Freundes sah ich dasselbe wie bei mir einen Sarg. Der Sarg meines Freundes war beinahe doppelt so groß als der meinige und der braune Stoff, mit dem er überzogen war, verlieh ihm einen besonders düsteren Charakter. Wie war er nur hergeraten, dass es bloß eine optische Täuschung war, unterlag wohl keinem Zweifel. Wie sollte auch in jedes Zimmer ein Sarg kommen? Es war offenbar eine rein nervöse Erscheinung, eine Halluzination. Wohin ich jetzt auch gehen wollte, überall würde ich wohl die schreckliche Behausung des Todes sehen. Folglich war ich dem Wahnsinn nahe und im Begriff an einer Sargomanie zu erkranken. Die Ursache der Erkrankung war nicht schwer zu ergründen. Ich brauchte mich nur der spiritistischen Sitzung der Worte Spinosas zu erinnern. Ich werde verrückt, sagte ich mir entsetzt und griff mich an den Kopf. Mein Gott, was soll ich machen? Mein Kopf drohte zu zerspringen, meine Beine knickten ein. Es goß in Strömen, der Wind ging mir durch Mark und Bein und ich hatte weder Pelz noch Mütze. In das Zimmer Upukovies zurückkehren, um meine Sachen zu holen, ging über meine Kraft. Das Grauen hielt mich in seinen kalten Armen fest. Die Haare standen mir zu Berge, kalter Schweiß rann mir in Strömen von der Stirne, obwohl ich auch fest daran glaubte, dass es nur eine Halluzination sei. Was sollte ich machen, fuhr Panischidin fort. Ich wurde allmählich verrückt und riskierte mich auch noch zu erkälten. Zum Glück erinnerte ich mich, dass in der Nähe der Totengasse mein guter Freund Pogostov ein junger Arzt wohnte, der soeben sein Staatsexamen gemacht und in dieser Nacht der gleichen spiritistischen Sitzung beigewohnt hatte. Ich eilte zu ihm. Damals war er noch nicht mit der reichen Kaufmannswitwe verheiratet und wohnte im vierten Stock des Hauses des Staatsrates Kladbischtschensky. Bei Pogostov stand meinen Nerven eine neue Tortur bevor. Während ich zum vierten Stock hinaufstieg, hörte ich einen furchtbaren Lärm. Oben rannte jemand herum, trampelte mit den Füßen und schlug die Türen zu. Zu mir! hörte ich ein herzzerreißendes Geschrei. Zu mir! Hausmeister! Ein Augenblick später rannte mir von oben eine dunkle Gestalt im Pelzmantel und eingedrücktem Zylinder entgegen. Pogostov rief ich aus, als ich meinen Freund erkannte. Sind Sie es? Was haben Sie denn? Pogostov blieb vor mir stehen und griff krampfhaft nach meiner Hand. Er war blass, keuchte schwer und zitterte. Seine Augen schweiften wie bei einem Irren umher und seine Brust hob und senkte sich. Sind Sie es, Panischidin? fragte er mit dumpfer Stimme. Sind Sie es wirklich? Sie sind blass wie eine Leiche. Vielleicht sind auch Sie eine Halluzination. Mein Gott! Sie sind so schrecklich! Aber was haben Sie? Auch Sie sehen entsetzlich aus. Ach! Lassen Sie mich erst Atem holen. Ich bin froh, dass ich Sie sehe, wenn Sie es wirklich sind und es keine optische Täuschung ist. Die verfluchte spiritistische Sitzung, sie hat meine Nerven so furchtbar erregt, dass ich nach Hause zurückgekehrt in meinem Zimmer, was glauben Sie wohl, einen Sarg sah. Ich traute meinen Ohren nicht und bat ihn, seine Worte zu wiederholen. Einen Sarg, einen echten Sarg, sagte der Arzt, indem er sich erschöpft auf eine der Stufen niederließ. Ich bin kein Feigling, aber auch der Teufel selbst wird erschrecken, wenn er nach einer spiritistischen Sitzung im Finstern auf einen Sarg stößt. Stotternd erzählte ich von den Särgen, die ich gesehen hatte. Eine Minute lang glotzten wir einander mit weit aufgesperrten Augen und mündern an. Dann fingen wir an, einander zu kneifen, um uns zu vergewissern, dass es keine Halluzination sei. Wir spüren beide den Schmerz, sagte der Arzt. Folglich schlafen wir nicht und sehen einander wirklich. Folglich sind die Särge wie der ihrige, so auch der meine, keine optischen Täuschungen, sondern etwas Greifbares. Was fangen wir jetzt an, lieber Freund? Nachdem wir eine geschlagene Stunde im kalten Treppenhaus gestanden und alle möglichen Hypothesen aufgestellt hatten, waren wir ganz erfroren und faßten den Entschluß, uns von der kleinmütigen Angst freizumachen, den Diener zu wecken und mit ihm in das Zimmer des Arztes zu gehen. So machten wir es auch. Wir traten ins Zimmer, zündeten eine Kerze an und erblickten tatsächlich einen mit weißem Silberbrokat überzogenen Sarg mit goldenen Fransen und Quasten. Der Diener schlug andächtig ein Kreuz. Jetzt wollen wir feststellen, sagte der Arzt, ganz bleich und am ganzen Leibe zitternd, ob dieser Sarg leer ist oder bewohnt. Nach einem langen, wohlbegreiflichen inneren Kampfe beugte er sich und hob, vor Angst und Spannung die Zähne zusammenbeißend, den Sargdeckel. Wir blickten in den Sarg hinein und der Sarg war leer. Es lag keine Leiche darin, dafür fanden wir einen Brief folgenden Inhalts. Lieber Pogostov, Du weißt doch, daß mein Schwieger Vater vor dem Bankrott steht. Er steckt bis an den Hals in Schulden. Morgen oder übermorgen kommt der Gerichtsvollzieher und das wird seine Familie wie auch die meine endgültig ruinieren und auch unsere Ehre untergraben, die für mich doch am wertvollsten ist. Auf unserem gestrigen Familienrate beschlossen wir alles, was einen Wert hat, zu verstecken. Da das ganze Vermögen meines Schwiegervaters in Särgen steckt, er ist, wie du weißt, der beste Sarglieferant in unserer Stadt. So entschlossen wir uns, die besseren Särge auf die Seite zu tun. Ich wende mich an dich mit der Bitte, mir den Freundschaftsdienst zu tun und mir zu helfen, unser Vermögen und unsere Ehre zu retten. In der Hoffnung, dass du uns helfen willst, unser Vermögen zu erhalten, schicke ich dir, lieber Freund, einen Sarg und bitte dich, ihn bei dir zu verwahren, bis ich ihn wieder abhole. Ohne Hilfe unserer Bekannten und Freunde müssen wir zugrunde gehen. Ich hoffe, dass du mir die Bitte nicht abschlagen wirst, umso mehr, als der Sarg bei dir höchstens acht Tage bleiben soll. Jedem, den ich für unseren wahren Freund halte, schicke ich einen Sarg und baue auf seine Großmut und Güte. In Liebe, dein Ivan Cel Justin Nach dieser Geschichte musste ich lang von einem Nervenarzt behandeln lassen. Doch unser Freund, der Schwiegersohn des Sargmachers, hat sein Vermögen und seine Ehre gerettet. Heute ist er Besitzer eines Beerdigungsinstituts und handelt mit Grabmählern und Grabsteinen. Seine Geschäfte gehen nicht besonders gut und so oft ich jetzt abends heimkomme, fürchte ich immer neben meinem Bette einen Grabstein aus weißem Marmor oder einen Katafalk vorzufinden. Ende von Abschnitt 1 Aufgenommen von Rocktai Eines schönen Morgens beerdigte man den kollegienassessor Kirill Iwanowitsch Wawilonow, der an zwei Krankheiten, die in unserem Vaterlande besonders verbreitet sind, gestorben war, an einer bösen Frau und am Alkoholismus. Als der Leichenzug sich von der Kirche zum Friedhofe in Bewegung setzte, nahm einer der Kollegen des Verstorbenen, ein gewisser Poplavsky, eine Droschke und fuhr zu seinem Freund Grigory Petrovich Sapoikin, einem noch jungen, aber schon recht populären Herrn. Sapoikin hat, wie es vielen meiner Leser schon bekannt ist, die seltene Gabe, Hochzeits, Jubiläums und Grabreden aus dem Stehgreif zu halten. Er kann in jedem Zustande reden, wenn man ihn aus dem Schlafe weckt, auf den nüchternen Magen, besoffen und im Fieber. Seine Reden fließen ebenso gleichmäßig und reichlich dahin, wie das Wasser aus einer Regentraufe. In seinem Vokabular gibt es viel mehr rührende Worte, als in einem beliebigen Wirtshause Kakerlaken. Er spricht immer geschraubt und so lang, daß man zuweilen, besonders bei Hochzeiten in Kaufmannsfamilien, die Hilfe der Polizei anrufen muß, um ihn zum Schweigen zu bringen. Ich komme zu dir mit einer Bitte, Bruder, begann Poplawski, als er ihn zu Hause angetroffen hatte. Zieh dich augenblicklich an und komme mit mir. Einer von den Unsrigen ist gestorben, wir geben ihm eben das letzte Geleite, also muß man zum Abschied irgendein Blech zusammenreden. Du bist unsere einzige Hoffnung. Wenn einer von den kleineren Beamten gestorben wäre, hätte ich dich nicht belästigt. Es ist aber der Sekretär, sozusagen der Grundpfeiler der ganzen Kanzlei. So einen Kerl kann man doch wirklich nicht ohne eine Rede beerdigen. Ach so, der Sekretär, versetzte Sapoikin gähnend. Der Trunkenbold? Ja, der Trunkenbold. Es wird Pfannkuchen geben und noch mancherlei. Die Droschke kriegst du bezahlt. Komm, mit, Liebster, du wirst am Grabe etwas im Stile Ciceros vorquatschen und der Dank wird nicht ausbleiben. Sapoikin ging darauf gerne ein. Er zerzauste sich das Haar, nahm einen melancholischen Gesichtsausdruck an und trat mit Poplavsky auf die Straße. Ich kenne euren Sekretär, sagte er in die Droschke steigend. Ein Spitzbube und eine Bestie war er, Gott hab ihn selig, wie man nicht so bald einen zweiten findet. Grischa, auf einen Toten schimpft man doch nicht. Ja, gewiß, aut mortuis nihilbene, aber er war doch ein Gauner. Die beiden Freunde holten den Leichenzug ein und gesellten sich zur Prozession. Diese bewegte sich so langsam, dass Poplavsky und Sapoikin unterwegs Zeit hatten, dreimal in Wirtshäuser einzukehren und für das Seelenheil des Verstorbenen je ein Glas Schnaps zu trinken. Auf dem Friedhofe wurde eine Messe gelesen. Die Schwiegermutter, die Witwe und die Schwägerin vergossen der Sitte gemäß viele Tränen. Als der Sarg ins Grab versenkt wurde, schrie die Witwe sogar auf, laßt mich zu ihm. Sie folgte ihm aber doch nicht ins Grab, wahrscheinlich weil sie sich der Pension erinnerte. Als alles still geworden war, trat Sapoikin vor, ließ seine Blicke im Kreise schweifen und begann. Soll ich meinen Augen und Ohren trauen? Ist nicht dieser Sarg, sind nicht diese verweinten Gesichter, diese Seufzer und Klagerufe nur ein schrecklicher Traum? Doch ach, es ist kein Traum und unsere Augen täuschen uns nicht. Der, den wir vor kurzem so rüstig, so jugendlich und so frisch gesehen haben, der vor unseren Augen der emsigen Biene gleich den Honig in den Bienenstock der staatlichen Ordnung trug, der welcher dieser selbe ist nun Staub geworden, eine körperliche Vater Morgana. Der unerbittliche Tod hat ihn mit seiner erstarrenden Hand zu einer Zeit berührt, wo er trotz seines gebeugten Alters noch voller blühender Kräfte und strahlender Hoffnungen war. Dieser unersetzliche Verlust, wer kann seine Stelle ausfüllen? Gute Beamte haben wir genug, doch Prakofi Asipic war der Einzige. Er war bis in die Tiefe seiner Seele, seiner ehrlichen Pflicht ergeben, er schonte seine Kräfte nicht, er durchwachte manche Nacht und war uneigennützig und unbestechlich. Wie verachtete er diejenigen, die sich bemühten, ihn zum Schaden der Allgemeinheit zu bestechen, die es versuchten, ihn durch die Anerbietung der verlockenden irdischen Güter zu verführen, seiner Pflicht untreu zu werden. Ja, wir alle sahen es, wie Prakofi Asipic sein kleines Gehalt unter seinen ärmeren Kollegen verteilte, und wir hörten eben die Klagen der Witwen und Weisen, die von seinen Gaben lebten. Seinen Pflichten und den guten Werken ergeben, kannte er keine Lebensfreuden und entsagte selbst dem Glücke des Familienlebens. Es ist ihnen allen bekannt, dass er bis ans Ende seiner Tage Junggeselle blieb. Und wer wird ihn uns als Kollegen ersetzen? Ich sehe sein bartloses, herzinniges Gesicht mit dem gutmütigen Lächeln wie lebendig vor mir und höre seine sanfte, zärtliche, freundschaftliche Stimme. Friede deiner Asche, Prakofi Asipic, ruhe sanft, du edler Held der Pflicht. Sapoikin redete weiter, doch die Zuhörer begannen zu tuscheln. Die Rede gefiel allen sehr gut, weckte auch einige Tränen, erschien aber in mancher Beziehung etwas sonderbar. Erstens war es unverständlich, warum der Redner den Verstorbenen Prakofi Asipic nannte, während er in Wirklichkeit Kirill Iwanowitsch hieß. Zweitens war es allen bekannt, dass der Verstorbene sein Leben lang mit seiner legitimen Gattin gekämpft hatte und folglich nicht als Junggeselle angesehen werden durfte. Drittens hatte er einen üppigen roten Vollbart, und es war unverständlich, warum der Redner von seiner Bartlosigkeit sprach. Die Zuhörer staunten, wechselten Blicke, und zuckten die Achseln. »Brakofi Asipic«, fuhr der Redner fort, begeistert auf das Grab blickend, »dein Gesicht war unschön, sogar häßlich, du warst mürrisch und unfreundlich, doch wir wußten alle, dass in dieser sichtbaren Hülle ein ehrliches Freundesherz schlug.« Die Zuhörer merkten nun, dass auch mit dem Redner etwas Sonderbares vorging. Er starrte auf einen Punkt, rückte unruhig hin und her und zuckte auch selbst die Achseln. Plötzlich verstummte er, riß erstaunt den Mund auf und wandte sich zu Poplawski um. »Hör einmal, er lebt doch«, sagte er entsetzt. »Wer lebt?« »Prakofi Asipic, da steht er ja neben dem Grabdenkmal.« »Er ist ja auch gar nicht gestorben. Gestorben ist Kirill Iwanowitsch.« »Du hast mir doch selbst gesagt, euer Sekretär sei gestorben.« »Kirill Iwanowitsch war auch unser Sekretär.« »Du hast es verwechselt.« »Prakofi Asipic war allerdings bei uns einmal Sekretär, aber man hat ihn schon vor zwei Jahren als Amtsvorstand in die zweite Abteilung versetzt.« »Da soll sich der Teufel auskennen.« »Warum bist du aber mittendrin stecken geblieben? Fahre fort, es paßt ja nicht.« Sapoykin wandte sich zum Grabe und setzte mit früherer Begeisterung die unterbrochene Rede fort. An einem Grabdenkmal stand tatsächlich Prakofi Asipic, ein alter Beamter mit glattrasiertem Gesicht. Er blickte den Redner an und machte ein unzufriedenes Gesicht. »Was ist dir nur eingefallen?« lachten die Beamten, als sie mit Sapoykin vom Friedhofe heimgingen. »Einen lebendigen Menschen wolltest du beerdigen?« »Es ist nicht schön, junger Mann«, brummte Prakofi Asipic. »Ihre Rede taugt vielleicht für einen Toten, doch in Bezug auf einen Lebenden klingt sie wie Hohn.« »Erlauben Sie einmal, was haben Sie gesagt? Uneigennützig? Unbestechlich? Von einem lebenden Menschen kann man doch so was nur zum Spott sagen. Auch hat sie niemand gebeten, sich so über mein Gesicht zu verbreiten. Gut, ich bin unschön und häßlich, aber warum soll man mein Gesicht so der Öffentlichkeit zeigen? Das ist doch kränkend.« Ende von Abschnitt 2 Gelesen von Eva K. Abschnitt 3 von Lustige Geschichten Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Die Nacht vor der Verhandlung von Anton Tschechow Übersetzt von Alexander Eliasberg Erzählung eines Angeklagten »Es wird ein Unglück geben, Herr«, sagte der Postion, sich zu mir wendend und mit der Peitsche auf einen Hasen zeigend, der uns über den Weg lief. Ich wußte auch ohne den Hasen, dass meine Lage eine verzweifelte war. Ich fuhr nach S., um mich vor dem Kreisgericht wegen Bigamie zu verantworten. Das Wetter war entsetzlich. Als ich spät in der Nacht die Poststation erreichte, sah ich wie ein Mensch aus, den man mit Schnee beworfen, mit Wasser begossen und obendrein auch durchgeprügelt hatte. So furchtbar war ich durchfroren, durch Nest und vom eintönigen Rütteln betäubt. Auf der Station empfing mich der Stationsaufseher. Ein langer Kerl in blau gestreifter Unterhose, kahl, verschlafen und mit einem Schnurrbart, der ihm aus den Nasenlöchern zu wachsen schien, sodass er wohl nichts riechen konnte. Aber es gab da offen gestanden, was zu riechen. Als der Aufseher brummend, schnaubend und sich den Hals jüngend die Tür zu den Stationszimmern aufmachte und mir schweigend mit dem Ellbogen meine Ruhestelle zeigte, umfing mich sofort ein durchdringender Geruch von etwas Saurem, von Siegellack und zerdrückten Wanzen, sodass ich beinahe erstickte. Das Blechlämpchen, das auf dem Tische stand und die ungestrichenen Holzwände beleuchtete, qualmte wie ein Kienspan. »Einen Gestank haben Sie hier, Signore«, sagte ich, als ich eintrat und meinen Koffer auf den Tisch stellte. Der Aufseher schnupperte die Luft und schüttelte misstrauisch den Kopf. »Es riecht wie überall«, sagte er und juckte sich von Neuem. »Das kommt Ihnen nach dem Frost nur so vor. Die Kutscher schlafen bei den Pferden und die Herrschaften riechen nicht.« Ich schickte den Aufseher hinaus und begann, meine provisorische Behausung zu mustern. Das Sofa, auf dem ich schlafen sollte, war breit wie ein zweischläfriges Bett, mit Wachstuch überzogen und kalt wie Eis. Außer dem Sofa befanden sich im Zimmer ferner ein großer eiserner Ofen, ein Tisch mit dem schon erwähnten Lämpchen, ein paar Filzstiefel, eine fremde Handtasche und eine spanische Wand, die eine der Zimmerecken abteilte. Hinter der Wand schlief jemand leise. Nachdem ich mir dies alles angesehen hatte, machte ich mir auf dem Sofa mein Nachtlager zurecht und begann, mich auszuziehen. Meine Nase gewöhnte sich bald an den Gestank. Nachdem ich den Rock, die Beinkleider und die Stiefel ausgezogen hatte, fing ich an, um den eisernen Ofen herumzuspringen, wobei ich meine bloßen Füße emporwarf, alle meine Glieder dehnte, mich krümmte und vor Behagen lächelte. Diese Sprünge erwärmten mich. Es blieb mir nur noch übrig, mich auf dem Sofa auszustrecken und einzuschlafen, als plötzlich etwas Unerwartetes passierte. Mein Blick fiel zufällig hinter die spanische Wand und man stelle sich nur mein Entsetzen vor. Hinter der Wand guckte ein Frauenköpfchen mit aufgelöstem Haar und schwarzen Augen hervor. Es zeigte die Zähne, die schwarzen Brauen zuckten, auf den Wangen zitterten reizende Grübchen. Folglich lachte es. Ich wurde verlegen. Als das Köpfchen sah, dass ich es bemerkt hatte, wurde es auch verlegen und verschwand. Wie schuldbeladen ging ich mit gesenkten Blicken still zu meinem Sofa, legte mich hin und deckte mich mit meinem Pelzmantel zu. »Furchtbar dumm«, dachte ich mir. »Sie hat also gesehen, wie ich herumgesprungen bin.« »Furchtbar dumm.« Das entzückende Gesichtchen wollte mir nicht aus dem Sinn, und meine Fantasie ging durch. Bilder eines schöner und verführerischer als das andere drängten sich in meinen Kopf, und plötzlich fühlte ich, wohl als Strafe für meine sündhaften Gedanken, einen heftigen, brennenden Schmerz auf der rechten Bange. Ich griff nach der Bange, fing nichts, erriet aber sofort den Sachverhalt. Es roch stark nach einer zerdrückten Wanze. »Das ist wirklich, der Teufel weiß was«, hörte ich im gleichen Augenblick eine weibliche Stimme. »Die verfluchten Wanzen wollen mich wohl auffressen.« »Hm«, ich erinnerte mich meiner nützlichen Angewohnheit, auf Reisen stets Insektenpulver mitzuführen. Auch diesmal war ich dieser Gewohnheit treu geblieben. Die Büchse mit dem Insektenpulver war ihm nur aus dem Koffer hervorgeholt. Es blieb mir nur noch übrig, der Besitzerin des hübschen Köpfchens dieses Mittel anzubieten, und die Bekanntschaft war geschlossen. Aber wie sollte ich es ihr anbieten? »Das ist entsetzlich«, »gnädigste«, sagte ich mit süßer Stimme, »wenn ich Ihre letzte Bemerkung richtig verstanden habe, so werden Sie von dem Wanzen geplagt. »Ich aber habe Insektenpulver bei mir. Wenn Sie wünschen, so...« »Ach, bitte!« »In diesem Falle, ich ziehe sofort meinen Pelz an,« rief ich erfreut, »und bringe es Ihnen.« »Nein, nein, reichen Sie es mir über die Wand herüber. Hierher dürfen Sie nicht.« »Ich weiß selbst, dass ich es nur über die spanische Wand herüberreichen darf.« »Haben Sie keine Angst, ich bin doch kein Räuber.« »Wer kann das wissen? Unterwegs begegnet man allerlei Menschen.« »Hm, und wenn ich auch hinter die Wand komme. Es ist doch nichts Besonderes dabei.« »Um so mehr, als ich Arzt bin, log ich hier vor. Ärzte, Gerichtsvollzieher und Damenfrisöre haben aber das Recht, ins Privatleben einzudringen.« »Ist es auch wahr, dass Sie Arzt sind? Im Ernst?« »Mein Ehrenwort. Darf ich Ihnen also das Insektenpulver bringen?« »Nun, wenn Sie Arzt sind, dann, warum sollten Sie sich aber bemühen? Ich kann ja auch meinen Mann zu Ihnen herausschicken.« »Fetja«, sagte die Brünette mit gedämpfter Stimme, »Fetja, so wach doch auf, du Schlafmütze.« »Steh auf und geh hinaus. Der Herr Doktor ist so freundlich und bietet uns Insektenpulver an.« Die Anwesenheit Fetjas hinter der spanischen Wand war für mich eine erschütternde Neuigkeit. Ich war wie vor den Kopf geschlagen. Meine Seele war von einem Gefühl erfüllt, das wahrscheinlich der Gewehrhahn empfindet, wenn er mal versagt hat. Ich empfand Scham, Ärger und eine schmerzliche Enttäuschung. Es war mir so übel zumute, und dieser Fetja kam mir so gemein vor, dass ich, als er hinter der spanischen Wand hervortrat, beinahe um Hilfe schrie. Fetja war ein großgewachsener, seniger Mann, von etwa 50 Jahren mit grauem Backenbart, zusammengepressten Beamtenlippen und blauen, unruhig zitternden Äderchen an Nase und Schläfen. Er hatte einen Schlafrock und Morgenschuh an. »Sie sind sehr freundlich, Herr Doktor«, sagte er, indem er mir das Insektenpulver aus der Hand nahm und wieder hinter seine Wand ging. »Ich danke schön.« »Wurden Sie auch vom Schneesturm überrascht?« »Ja«, brummte ich, indem ich mich wieder aufs Sofa legte und wütend den Pelz über mich zog. »Ja.« »Su, Su, Sinotschka, über den Näschen läuft gerade eine Wanze.« »Erlaube, dass ich sie fange.« »Du darfst es«, antwortete Sinotschka lachend. »Nicht gefangen, bist ein Staatsrat, alle fürchten dich, und doch kannst du nicht mal mit einer Wanze fertig werden.« »Sinotschka, der Herr hört dich ja«, ein Seufzer. »Immer bist du so bei Gott.« »Diese Schweine lassen einen gar nicht einschlafen«, brummte ich. »Ich war wütend, ich wußte selbst nicht auf wen.« Doch die Gattin schliefen bald ein. »Ich schloß die Augen und bemühte mich, an nichts zu denken, um einzuschlafen.« »Es verging aber eine halbe Stunde, eine Stunde.« »Ich schlief noch immer nicht.« »Endlich regten sie auch meine Nachbarn und begannen leise zu fluchen.« »Es ist erstaunlich, selbst das Insektenpulver wirkt auf sie nicht«, brummte Fedja. »Diese Menge von Wanzen.« »Herr Doktor, Sinotschka bittet mich, Sie zu fragen, warum die Wanzen so abscheulich stinken.« »Wir kamen ins Gespräch.« »Wir sprachen von den Wanzen, vom Wetter, vom russischen Winter, von der Medizin, in der ich mich ebenso auskenne wie in der Astronomie.« »Wir sprachen auch von Edison.« »Sinotschka, geniere dich doch nicht.« »Er ist ja Arzt«, hörte ich ihn nach dem Gespräch über Edison flüstern. »Geniere dich nicht und frage ihn.« »Brauchst dich nicht zu fürchten.« »Schawetsov hat dir nicht geholfen.« »Aber dieser wird vielleicht helfen.« »Frag ihn selbst«, flüsterte Sinotschka. »Herr Doktor, Wande sich fehlt ja an mich.« »Woher mag es wohl kommen, daß meine Frau immer diese Brustbeklemmung hat?« »Sie hußtet, wissen Sie, und dabei hat sie so einen Druck in der Brust, als ob in der Lunge etwas eingetrocknet wäre.« »Das ist eine lange Geschichte. So einfach kann ich Ihre Frage nicht beantworten«, sagte ich, um mich aus der Affäre zu ziehen. »Das macht doch nichts, daß es eine lange Geschichte ist. Wir haben ja genug Zeit. Wir schlafen sowieso nicht.« »Lieber Freund, untersuchen Sie sie doch.« »Ich muß vorausschicken, daß sie bisher von Schawetsov behandelt wurde.« »Dieser ist zwar ein guter Mensch, aber...« »Wer soll sich da auskennen?« »Ich traue ihm nicht.« »Ich traue ihm gar nicht.« »Ich sehe wohl, daß Sie keine Lust haben.« »Aber seien Sie doch so gut.« »Untersuchen Sie sie.« »Und ich gehe inzwischen zum Stationsaufseher und lasse einen Sommer wahrbringen.« »Fedja schlürfte mit seinen Pantoffeln und ging hinaus.« »Ich begab mich hinter die spanische Wand.« »Sinotschka saß auf einem breiten Sofa von einer Menge Kissen umgeben und hielt den Spitzenkragen ihrer Nachtjacke fest.« »Zeigen Sie mal Ihre Zunge«, begann ich, indem ich mich neben sie aufs Sofa setzte und die Stirn runzelte. Sie zeigte die Zunge und lachte. Die Zunge war rot und ganz gewöhnlich. Ich tastete nach ihrem Puls. »Hm«, sagte ich, nachdem ich den Puls nicht gefunden hatte. Ich weiß nicht mehr, was ich an sie noch alles für Fragen stellte, während ich ihr ins lachende Gesicht blickte. Ich weiß nur noch, dass ich schließlich so dumm und blöde geworden war, dass mir gar keine Fragen mehr einfallen wollten. Schließlich saß ich in Gesellschaft Fedjas und Sinotschkas vor dem Samovar. Ich musste ihr ein Rezept verschreiben. Und ich machte es nach allen Regeln der ärztlichen Wissenschaft. Als ich am Morgen vollkommen reisefertig mit dem Koffer in der Hand von meinen neuen Bekannten für alle Ewigkeit Abschied nahm, hielt mich Fedja am Rockknopf fest und reichte mir einen 10-Rubelschein. Nein, Sie sind verpflichtet, das Geld zu nehmen, redete er mir zu. Ich pflege jede ehrliche Arbeit zu bezahlen. Sie haben doch studiert und gearbeitet. Ihr Wissen hat sich genug Schweiß und Blut gekostet. Ich weiß es doch. Was sollte ich machen? Ich musste den 10-Rubelschein einstecken. Beiläufig so verbrachte ich die Nacht vor der Gerichtsverhandlung. Ich will gar nicht beschreiben, was ich fühlte, als vor mir die Tür aufging und der Gerichtsdiener mir die Anklagebank zeigte. Ich will nur sagen, dass ich blass und verlegen wurde, als ich um mich blickte und die tausend auf mich gerichteten Augen sah. Und als ich die ernsten feierlichen Physiognomien der Geschworenen musterte, las ich mir selbst das Sterbegebet. Doch ich kann gar nicht beschreiben, und Sie können sich auch gar nicht vorstellen, welches Grauen mich beschlich, als ich meinen Blick auf den mit rotem Tuch bedeckten Richter Tisch hob und auf dem Staatsanwaltssessel, wen glauben Sie wohl, Fedja erblickte, er saß da und schrieb etwas. Als ich ihn ansah, musste ich an die Wanzen, an Sinotschka und an meine Diagnose denken. Und ein ganzes Eismeer überlief mir den Rücken. Als er mit seinem Schreiben fertig war, sah er mich an. Zuerst erkannte er mich nicht. Dann aber erweiterten sich seine Pupillen, sein Unterkiefer hing auf einmal Kraftkluss hinab, seine Hand zitterte. Er stand langsam auf und richtete auf mich seinen bleiernden Blick. Auch ich stand, ich weiß selbst nicht warum, auf und starrte ihn an. Angeklagter! Nennen Sie Ihren Namen, Stand und so weiter, begann der Vorsitzende. Der Staatsanwalt setzte sich hin und trank ein Glas Wasser. Kalter Schweiß war ihm in die Stirne getreten. Nun werde ich was erleben, dachte ich mir. Anscheinend hat der Staatsanwalt fest beschlossen, mich ordentlich zu verdonnern. Während der ganzen Verhandlung war er aufgeregt, wühlte in den Zeugenaussagen herum, machte lange Geschichten und schimpfte. Ich muss aber schließen, ich schreibe dies im Gerichtsgebäude während der Mittagspause. Gleich kommt die Rede des Staatsanwalts. Was werde ich wohl erleben? Ende von Abschnitt 3 Abschnitt 4 von Lustige Geschichten Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Die Erde stellte eine Hölle dar. Die Nachmittagssonne brannte mit solchem Eifer, dass selbst das Thermometer, das im Amtszimmer des Akzisebeamten hing, ganz ratlos wurde. Es stieg bis 35,8 Grad Rehamur und blieb unentschlossen stehen. Von den Bürgern troff der Schweiß wie von müde gehetzten Pferden. Sie ließen ihn ruhig eintrocknen, denn sie waren zu faul, um ihn abzuwischen. Über den großen Marktplatz, längs der Häusereihe mit den hermetisch verschlossenen Fensterläden, gingen zwei Bürger. Der Rentmeister, Pochichichin, und der Rechtskonsulent und jahrelanger Berichterstatter der Zeitung Sohn des Vaterlandes, Optimow. Sie gingen nebeneinander und schwiegen infolge der großen Hitze. Optimow hatte wohl Lust, Kritik am Magistrat wegen des Staubes und Schmutzes auf dem Marktplatz zu üben, da er aber den friedlichen Charakter und die gemäßigte Gesinnung seines Weggenossens kannte, zog er es vor, zu schweigen. Mitten auf dem Marktplatz blieb Pochichichin plötzlich stehen und blickte zum Himmel hinauf. Was schauen Sie denn, Jephelsera Pionitsch? Da sind eben Stare vorbeigeflogen. Ich will mal sehen, wo sie sich hinsetzen werden. Eine ganze Wolke. Wenn man aus einem Gewehr schießen und sie dann auflesen wollte und wenn man... Im Garten des Herrn Dumpfarrers haben sie sich hingesetzt. Keine Spur, Jephelsera Pionitsch. Nicht beim Herrn Dumpfarrer, sondern beim Herrn Diakon Vratuadov. Und wenn man von hier aus schießen wollte, so würde man nichts treffen. So ein Schrotkorn ist ja klein und verliert, ehe es sie erreicht, jede Kraft. Und warum sollte man sie auch töten? Der Vogel fügt zwar dem Bärenobst Schaden zu, ist aber immerhin eine Kreatur Gottes. Der Starr kann auch beispielsweise singen. Warum singt er aber? Um den Schöpfer zu preisen. Alles, was Odem hat, lobt den Herrn. Ach nein, sie haben sich doch beim Dumpfarrer hingesetzt. Drei alte Wallfahrerinnen mit Säcken auf dem Buckel und in Bastschuhen gingen lautlos an den Sprechenden vorbei. Sie blickten, Protichichin und Optimow, die aus einem unbegreiflichen Grunde das Haus des Dumpfarrers betrachteten, fragend an, verlangsamten die Schritte, blieben nach einer Weile gleichfalls stehen, sahen sich noch einmal nach den beiden Freunden um und begannen gleichfalls das Haus des Dumpfarrers anzustarren. Ja, sie haben recht, sie haben sich tatsächlich beim Dumpfarrer niedergelassen, fuhr Optimo fort. Bei ihm sind eben die Kirschen reif geworden. Sie wollen sich wohl an die Kirschen machen. Aus dem Dumpfarrerhaus trat nun der Dumpfarrer Vosmistichjew in eigener Person in Begleitung des Küsters Jewsdingey auf die Straße. Als er sah, dass man sein Haus so aufmerksam betrachtete und da er nicht verstehen konnte, was die Leute so anzog, blieb auch er stehen und begann mit dem Küster gleichfalls zum Himmel hinauf zu blicken, um die Ursache zu ergründen. Vater Paisi geht wohl zu einer heiligen Amtshandlung, sagte Putschichichin. Gott stehe ihm bei! Zwischen den Freunden und dem Herrn Dumpfarrer gingen die Arbeiter von der Purowschen Fabrik vorbei, die soeben im Flusse gebadet hatten. Als sie den Vater Paisi, der angestrengt zum Himmel hinaufblickte, und die Wallfahrerinnen, die unbeweglich dastanden und gleichfalls hinaufstarrten, sahen, blieben auch sie stehen und blickten in die gleiche Richtung. Dasselbe taten ein Junge, der einen blinden Bettler führte, und ein Bauer, der ein Fäßchen verdorbener Hieringe schleppte, um sie auf dem Marktplatz abzuladen. Es ist wohl etwas los, sagte Putschichichin. Vielleicht eine Feuersbrunst? Nein, es ist kein Rauch zu sehen. Hey, Kuzma! schrie er dem Bauern zu, der stehen geblieben war. Was ist denn los? Der Bauer antwortete etwas, aber Putschichichin und Optimow hörten es nicht. In allen Ladentüren zeigten sich die verschlafenen Kommis. Die Maurer, der das Mehllager des Kaufmanns Fertikodin tünchten, ließen ihre Leitern stehen und gesellten sich zu den Fabrikarbeitern. Der Feuerwehrmann, der auf dem Wachturm barfuß im Kreise herumging, blieb stehen, sah eine Weile hin und stieg hinunter. Der Wachturm war auf einmal verwaist. Dies erschien verdächtig. Brennt es nicht irgendwo? Sturzen Sie doch nicht so, Sie Schweinekerl! Wo sehen Sie eine Feuersbrunst? Was für eine Feuersbrunst? Meine Herrschaften, gehen Sie auseinander. Ich bitte höflichst. Es brennt wohl innen. Er bittet höflichst und fährt dabei einem mit den Händen ins Gesicht. Fuchteln Sie nicht mit den Händen. Sie sind zwar die Obrigkeit, habe aber doch kein Recht, so mit den Händen herumzufuchteln. Aufs Hühnerauge ist er mir getreten. Der Teufel soll dich überfahren. Wen hat man überfahren? Kinder, da hat man einen Menschen überfahren. Warum dieser Auflauf? Zu welchem Zweck? Einen Menschen hat man überfahren. Euer Wohlgeboren. Wo? Geht auseinander, meine Herrschaften. Ich bitte höflichst darum. Ich bitte dich höflichst, du Klotz. Die Bauern kannst du herumstoßen, aber bessere Leute darfst du nicht anrühren. Untersteh dich nicht. Sind es Menschen? Kann man denn diesen Teufeln mit guten Worten beikommen? Sidorov, ruf mal den Akim Danilic her. Schnell, meine Herrschaften, Sie werden es ja bereuen. Wenn Akim Danilic kommt, werden sie was erleben. Bist du auch dabei, Parfen? Du blinder, heiliger Greis. Er sieht nichts, muss aber doch dabei sein. Wo sich die Leute drängen und gehorcht auch nicht. Smirnov, schreib mal den Parfen auf. Zu Befehl. Soll ich auch die Purowschen Leute aufschreiben? Dieser da, mit der geschwollenen Backe, ist auch einer von den Purowschen. Die Purowschen brauchst du einstweilen nicht aufzuschreiben. Purow hat morgen Namenstag. Die Stare erhoben sich als dunkle Wolke über dem Garten des Herrn Dompfarrers. Aber Potschichin und Optimow sahen nicht mehr hin. Sie standen da, starrten in die Höhe und suchten zu begreifen, warum sich so viele Menschen angesammelt hatten und warum sie hinaufschauten. Da erschien an einem Bissen kauend und sich die Lippen abwischend Akim Danilitsch. Er drang mitten in die Menge hinein und brüllte, Feuerwehrleute, macht euch bereit! Auseinander gehen! Herr Optimow, gehen Sie auseinander, sonst geht es Ihnen schlecht. Statt in Zeitungen Kritiken über anständige Leute zu schreiben, sollten Sie sich lieber selbst angemessener aufführen. Von den Zeitungen lernt man nichts Gutes. Ich bitte Sie, die öffentliche Meinung nicht anzutasten, fuhr Optimow auf. Ich bin Literat und kann es nicht dulden, dass man die öffentliche Meinung antastet, obwohl ich Sie auch aus bürgerlichem Pflichtgefühl als einen Vater und Wohltäter verehre. Feuerwehr, los! Es ist kein Wasser da, euer Wohlgeboren. Keine Widerrede, fahrt zum Fluß und holt Wasser. Schnell! Wir können nicht hinfahren, euer Wohlgeboren. Der Major ist mit dem Feuerwehrpferden weggefahren, um seine Tante abzuholen. Auseinandergehen! Zurück! Hol dich, der Teufel! Das sitzt! Schreib ihn mal auf, diesen Satan! Ich hab den Bleistett verloren, euer Wohlgeboren. Die Menge wuchs immer an. Gott weiß, zu welchen Dimensionen sie noch angewachsen wäre, wenn es dem Gastwirt Greshkin nicht eingefallen wäre, in diesem Augenblick das aus Moskau verschriebene neue Orchestrion zu probieren. Als die Leute das Schützenlied hörten, stöhnten sie von Zücken auf und stürzten zum Gasthaus. So erfuhr kein Mensch, warum sich die Menge angesammelt hatte und auch Optimow und Potschichichin hatten schon die Stare, die waren Schuldigen ganz vergessen. Nach einer Stunde war die Stadt schon wieder still und unbewirklich und man sah nur einen einzigen Menschen, den Feuerwehrmann, der auf dem Wachtturme herumging. Am Abend des gleichen Tages saß Akim Danilic im Kolonialwarengeschäft Fertikudins, trank Brauselimonade mit Kognak und schrieb, Dem offiziellen Bericht erlaube ich mir meinerseits einen Nachtrag beizufügen. Euer Hochwohlgeboren, Vater und Wohltäter, nur dank den Gebeten ihrer tugendhaften Frau Gemahlin, die sich in der wohlduftenden Sommerfrische in der Nähe unserer Stadt aufhält, ist es nicht zum Äußersten gekommen. Was ich an diesem einen Tag ausstehen mußte, kann ich gar nicht schildern. Für die administrative Tüchtigkeit Kruschenskys und des Feuerwehrmajors Portupäev finde ich keine gebührende Bezeichnung. Ich bin stolz auf diese würdigen Diener des Vaterlandes. Ich aber tat alles, was ein schwacher Mensch, der seinen Nächsten nur Gutes will, überhaupt zu tun vermag. Und während ich jetzt am eigenen Herde sitze, danke ich unter Tränen dem, der uns vor einem Blutvergießen bewahrt hat. Die Schuldigen sitzen wegen mangelnder Beweise einstweilen hinter Schloss und Riegel, doch ich habe die Absicht, sie nach etwa acht Tagen herauszulassen. Nur aus Unwissenheit haben sie das Gebot übertreten. Ende von Abschnitt 4 Aufgenommen von Rocktai Abschnitt 5 von Lustige Geschichten Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Rocktai Der Rächer seiner Ehre von Anton Tschechow Übersetzt von Alexander Eliasberg Fyodor Fyodorovic Sigaev stand, kurz nachdem er seine Frau auf frischer Tat erwischt hatte, in der Waffenhandlung Schmucks und Co. und suchte nach einem passenden Revolver. Sein Gesicht drückte Zorn Schmerz und unwankbare Entschlossenheit aus. Ich weiß wohl, was ich zu tun habe, dachte er sich. Das Familienprinzip ist beschimpft, die Ehre ist in den Schmutz getreten, das Laster triumphiert und darum muss ich als Bürger und anständiger Mensch das Amt eines Rächers übernehmen. Zuerst töte ich sie und ihren Geliebten, dann mich und er hatte zwar noch keinen Revolver gewählt und niemand getötet, doch seine Fantasie zeigte ihm schon drei blutende Leichen, zersprengte Schädel, herausquellende Gehirne, den Skandal, die Menge müßiger Zuschauer und die Obduktion. Mit der Schadenfreude eines Gekränkten stellte er sich das Entsetzen der Verwandtschaft und des Publikums vor, den Todeskampf der Ehebrecherin und las bereits in der Fantasie die Zeitungsartikel über die Zersetzung der Familienprinzipien. Der Verkäufer, ein bewegliches Männchen mit einem dicken Bäuchlein und einer weißen Weste, er sah wie ein Franzose aus, legte ihm einen Revolver nach dem anderen vor und sprach respektvoll lächelnd und immerzu Kratzfüße machend, Ich möchte Ihnen raten, mein Herr, diesen wunderschönen Revolver zu nehmen, System Smith & Wesson. Das letzte Wort der Feuerwaffentechnik mit dreifacher Wirkung, hat einen Patronenauswerfer, schießt 600 Schritt weit, Zentralfeuersystem, beachten Sie nur, mein Herr, die wunderbare Arbeit. Es ist das allerneueste System, mein Herr, wir verkaufen täglich an die zehn Stück als Mittel gegen Räuber, Wölfe und Ehebrecher. Die Wirkung ist zuverlässig und äußerst stark, er schießt auf die größte Distanz und durchbohrt zugleich die Frau und ihren Geliebten und was den Selbstmord betrifft, so weiß ich überhaupt kein besseres System, mein Herr. Der Verkäufer spannte und entspannte die Hähne, hauchte die Läufer an, zielte und tat so, als ging ihm vor entzückender Atem aus. Wenn man sein begeistertes Gesicht ansah, konnte man glauben, dass er sich selbst gern eine Kugel in die Stirn jagen würde, wenn er nur einen Revolver von einem so herrlichen System wie Smith & Wesson besäße. Und wie ist der Preis, fragte Sigayev. 45 Rubel, mein Herr. Hm, das ist mir zu teuer. In diesem Fall will ich Ihnen ein anderes System vorlegen, mein Herr, das etwas billiger ist. Wollen Sie nur sehen. Wir haben eine riesengroße Auswahl in allen Preislagen. Zum Beispiel dieser Revolver System Lefouché kostet bloß 18 Rubel, aber der Verkäufer verzog verächtlich das Gesicht. Aber, mein Herr, dieses System ist schon veraltet, es wird nur noch von geistigen Proletariern und hysterischen Frauen gekauft. Sich selbst oder seine Frau aus einem Lefouché-Revolver zu erschießen, gilt jetzt als geschmacklos. Der gute Ton anerkennt nur das System Smith & Wesson. Ich will weder Selbstmord begehen noch jemand erschießen, log Sigayev düster. Ich kaufe es nur für die Sommerfrische, um die Diebe zu verscheuchen. Uns interessiert es gar nicht, wozu sie ihn kaufen, sagte der Verkäufer mit bescheidengesenkten Augen. Wenn wir in jedem Falle den Gründen nachgehen wollten, so müßten wir wohl unseren Laden schließen. Zum Verscheuchen der Diebe taugt aber der Lefouché gar nicht, denn er gibt nur einen leisen, dumpfen Knall. Zu diesem Zweck würde ich Ihnen die gewöhnliche Mordhimmerpistole empfehlen, eine sogenannte Duellpistole. Soll ich ihr nichts im Duell fordern? ging es Sigayev durch den Kopf. Das wäre aber zu viel Ehre. Solche Halunken erschießt man einfach wie die Hunde. Der Verkäufer legte vor ihm, immer graziös tänzelnd, lächelnd und plaudernd einen ganzen Haufen von Revolvern hin. Am appetitlichsten und solidesten sah der von Smith & Wesson aus. Sigayev nahm einen Revolver dieses Systems in die Hand, starrte ihn stumpfsinnig an und versank in Gedanken. Seine Fantasie malte ihm aus, wie er die Schädeldecken sprengt, wie das Blut in Strömen über den Teppich und das Parkett fließt, wie die Ehebrecherin im Sterben mit einem Fuße zuckt. Dies alles war aber für seine empörte Seele noch zu wenig. Die blutigen Bilder, die Schreie und das Entsetzen genügten ihm noch nicht. Er mußte noch etwas Schrecklicheres erfinden. Ich mache es so, ich töte ihn und mich, sagte er sich. Sie lasse ich aber am Leben, soll sie nur an Gewissensbissen und an der Verachtung ihrer Umgebung zugrunde gehen. Für ein so nervöses Geschöpf wie sie ist das qualvoller als der Tod. Und er stellte sich seine eigene Beerdigung vor. Er, der gekränkte Gatte, liegt im Sarg mit einem sanften Lächeln auf auf den Lippen und sie folgt blass von Gewissensbissen gepeinigt wie Niobe dem Sarge und weiß nicht, wie sich vor den vernichtenden verächtlichen Blicken zu verbergen, die ihr die empörte Menge zuwirft. Ich sehe, mein Herr, dass ihnen Smith & Wessen am besten gefällt, unterbrach der Verkäufer seine Träume. Wenn er ihnen zu teuer vorkommt, so will ich gerne fünf Rubel nachlassen. Wir haben übrigens auch andere Systeme, die etwas billiger sind. Das Männchen mit der französischen Figur wandte sich graziös um und holte von den Regalen noch ein weiteres Dutzend Futurale mit Revolvern. Hier haben sie etwas für dreißig Rubel, mein Herr. Das ist wirklich nicht teuer, umso mehr als der Rubelkurs gefallen ist, während die Einfuhrzölle von Tag zu Tag steigen. Mein Herr, ich schwöre Ihnen, ich bin zwar konservativ gesinnt, aber auch ich fange schon zu murren an. Ich bitte Sie, der Kurs und die Einfuhrzölle haben es bewirkt, daß nur reiche Leute Waffen kaufen können. Den Armen bleiben nur die in Tula hergestellten Waffen und Phosphor Zündhölzer übrig. Die Tula Waffen sind aber ein wahres Unglück. Man schießt aus so einem Revolver auf seine Frau und trifft sich selbst ins Schulterblatt. Sigayev tat es plötzlich furchtbar leid, daß er, wenn er tot ist, die Qualen der Treulosen nicht zu sehen bekommt. Die Rache ist doch nur dann süß, wenn man die Möglichkeit hat, ihre Früchte zu sehen und zu betasten. Was hat man aber davon, wenn man im Sarge liegt und nichts empfindet? Vielleicht soll ich es so machen, überlegte er sich. Ich töte ihn, gehe zur Beerdigung, sehe alles und erschieße mich hernach. Übrigens wird man mich noch vor der Beerdigung verhaften und mir die Waffe wegnehmen. Also, ich töte ihn, sie bleibt am Leben und ich, ich bringe mich zunächst nicht um, sondern lasse mich verhaften. Mich umzubringen habe ich noch immer Zeit. Die Verhaftung hat das Gute, dass ich bei der Voruntersuchung die Möglichkeit haben werde, vor den Behörden und dem Publikum die ganze Gemeinheit ihres Benehmens aufzudecken. Wenn ich mich umbringe, so ist sie imstande mit der ihr eigenen Verlogenheit und Frechheit die ganze Schuld auf mich abzuwälzen und die Öffentlichkeit wird ihr Recht geben und vielleicht auch meiner spotten, wenn ich aber am Leben bleibe, so? Nach einer Minute dachte er, ja, wenn ich mich töte, so wird man mich vielleicht eines kleinlichen Gefühls verdächtigen. Außerdem, warum soll ich mich überhaupt töten? Das ist erstens und zweitens Selbstmord ist Feigheit. Also, ich töte ihn, lasse sie am Leben und komme selbst vors Gericht. Bei der Verhandlung wird sie als Zeugin vernommen werden. Ich kann mir so lebhaft ihre Schande, ihre Verlegenheit vorstellen, wenn mein Verteidiger an sie seine Fragen gerichtet. Die Sympathien des Gerichts, des Publikums und der Presse werden selbstverständlich auf meiner Seite sein. So überlegte er sich, während der Verkäufer ihm immer neue Ware zeigte und sich bemühte, den Kunden zu unterhalten. Hier sind englische Revolver des neuesten Systems. Wir haben sie erst vor kurzem erhalten, schwatzte er. Aber ich muss Ihnen sagen, mein Herr, dass alle diese Systeme vor dem Smith & Wesson verblassen. Dieser Tage, Sie haben es wohl schon gelesen, kaufte ein Offizier bei uns einen Revolver von Smith & Wesson. Er schoss auf den Geliebten seiner Frau und was glauben Sie, die Kugel ging durch und durch, durchschlug eine Bronze Lampe, dann ein Klavier, prallte ab, tötete ein Schoßhündchen und verwundete die Frau. Dieser glänzende Effekt macht unserer Firma alle Ehre. Der Offizier wurde verhaftet, er wird natürlich zu Zwangsarbeit in Sibirien verurteilt werden. Erstens haben wir eine veraltete Gesetzgebung und zweitens mein Herr ist das Gericht immer auf der Seite des Ehebrechers. Warum? Es ist sehr einfach mein Herr. Die Richter, die Geschworenen, der Staatsanwalt und der Verteidiger alle haben Verhältnisse mit fremden Frauen und fühlen sich sicherer, wenn es in Russland einen Gatten weniger gibt. Unsere Gesellschaft wäre es sicher am angenehmsten, wenn die Regierung alle Ehemänner auf die Frau ein Verhältnis zu haben, ist jetzt ebenso normal, fremde Zigaretten zu rauchen oder fremde Bücher zu lesen. Unser Geschäft geht von Jahr zu Jahr schlechter, das bedeutet nicht, dass es weniger Ehebrecher gibt, sondern nur, dass die Männer sich mit diesem Zustand abgefunden haben und das Zuchthaus fürchten. Der Verkäufer sah sich um und flüsterte. Und wer hat die Schuld, mein Herr? Die Regierung. Wegen eines solchen Schweins nach Sachalin zu kommen, wäre unvernünftig, überlegte sich Sigayev. Wenn ich ins Zuchthaus komme, so kann meine Frau zum zweiten Mal heiraten und auch ihren zweiten Mann betrügen. Sie wird triumphieren. Also, sie lasse ich am Leben, mich bringe ich nicht um und ihn bringe ich auch nicht um. Ich muss etwas Vernünftigeres und Gefühlvolleres erfinden. Ich werde sie beide mit Verachtung strafen und einen Aufsehen erregenden Ehescheidungsprozess anstrengen. Hier, mein Herr, ist noch ein neues System, sagte der Verkäufer, ein neues Dutzend Revolver vom Regal herunterholend. Belieben sie nur den originellen Mechanismus des Schlosses zu beachten. Sigayev brauchte nach seinem neuen Entschluß keinen Revolver mehr. Der Verkäufer geriet aber immer mehr in Begeisterung, zeigte ihm immer neue Systeme. Der in seiner Ehre gekränkte Gatte schämte sich schon, daß der Verkäufer sich seinetwegen so sehr abmühte, sich begeisterte, lächelte und unnütz seine Zeit verlor. Schön, in diesem Falle, stammelte er, komme ich später vorbei, oder ich schicke jemand her. Er sah den Gesichtsausdruck des Verkäufers nicht, doch er fühlte sich verpflichtet, um die peinliche Situation zu vertuschen, irgend etwas zu kaufen. Was sollte er aber kaufen? Er sah sich im Laden nach einem möglichst billigen Gegenstand um und heftete schließlich seinen Blick auf ein grünes Netz, das neben der Türe hing. Dieses da, was ist es eigentlich? fragte er. Das ist ein Netz für Wachtelfang. Was kostet es? Acht Rubel, mein Herr. Gut, packen Sie es mir ein. Der gekränkte Gatte bezahlte die Acht Rubel, nahm das Netz und verließ, noch tiefer gekränkt, den Laden. Ende von Abschnitt 5 Aufgenommen von Rocktai Abschnitt 6 von Lustige Geschichten Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Franziska Paul Personenzug hat eben die Station Bologoyer der Nikolaeva Eisenbahn verlassen. In einem der Raucherabteile Zweite Klasse Duseln in die Dämmerung gehüllt fünf Passagiere. Sie haben soeben gegessen und bemühen sich nun auf ihren Sitzen Kauern einzuschlafen. Es ist still. Die Türe geht auf und in den Wagen tritt ein baumlanger Mensch in braunrotem Hut und elegantem Mantel. Er erinnert lebhaft an einen Zeitungskorrespondenten aus einer Operette oder aus einem Roman von Jules Verne. Der Mensch bleibt mitten im Wagen stehen, holt Atem und mustert aufmerksam an die Bänke. Nein, es ist nicht der richtige murmelt er. Weiß der Teufel, es ist einfach empörend, es ist immer noch nicht der richtige Wagen. Einer der Reisenden studiert lange den Neuankömmling und ruft plötzlich erfreut aus. Ivan Alexievich, wie kommen sie her? Sind sie es? Der baumlanger Ivan Alexievich fährt zusammen und blickt stumpfsinnig den Reisenden an. Als er ihn erkannt hat, schlägt er vor Freude die Hände zusammen. Ach, Piotr Petrovich, sagt er, so lange haben wir uns nicht gesehen, ich wusste gar nicht, dass sie mit dem gleichen Zug fahren. Geht es gut? Nicht schlecht, ich habe aber eben mein Abteil verloren und kann es unmöglich finden, so ein Idiot bin ich, es ist niemand da, der mich dafür durchprügeln könnte. Der baumlange Ivan Aleksevich wankt hin und her und kichert. Was man nicht alles erlebt, fährt er fort. Ich ging nach dem zweiten Glockenzeichen hinaus, um einen Cognac zu nehmen. Ich trank auch einen und dachte mir, da die nächste Station nicht so bald kommt, so will ich noch ein zweites Glas nehmen. Während ich es mir überlegte und trank, läutete es zum dritten Mal. Ich laufe wie ein Verrückter aus dem Buffet und springe in den ersten besten Wagen. Bin ich nun kein Idiot, kein Trottel? Sie sind aber in einer sichtbar lustigen Stimmung, sagt Piotr Piotrovic. Setzen Sie sich nur her. Sie bekommen einen Platz und den gebührenden Respekt. Nein, nein, ich gehe meinen Wagen suchen. Leben Sie wohl. Im Finstern werden Sie unterwegs aus dem Zuge stürzen. Setzen Sie sich nur her. Auf der nächsten Station werden Sie Ihren Wagen suchen. Setzen Sie sich. Ivan Alexjevich säuft und setzt sich unentschlossen neben Piotr Petrovic. Er ist sichtbar erregt und sitzt wie auf Nadeln. Wo fahren Sie hin? fragt Piotr Petrovic. Ich in den Weltenraum. In meinem Kopfe ist solch ein Wirrwarr daß ich selbst nicht weiß wohin ich fahre. Das Schicksal fährt mich irgendwo hin und ich lasse mich fahren. Lieber Freund haben Sie schon einmal einen glücklichen Narren gesehen? Nein? Also schauen Sie mich an. Vor Ihnen sitzt der Glücklichste der Sterblichen. Jawohl Sehen Sie denn nichts in meinem Gesicht? Das heißt man sieht ihn an dass Sie ein wenig Ich mache ein furchtbar dummes Gesicht. Schade dass ich keinen Spiegel zur Hand habe. Ich würde mir so gern meine Fratze anschauen. Ich fühle mein Lieber dass ich ein Idiot geworden bin. Mein Ehrenwort haha Ich befinde mich denken Sie nur auf der Hochzeitsreise bin ich kein Trottel? Sie haben Sie denn geheiratet? Heute mein Lieber und bin gleich nach der Trauung in diesen Zug gestiegen. Es folgen Glückwünsche und die üblichen Fragen. So so lacht Piotr Petrovich Darum sind Sie auch auf einmal so elegant. Jawohl Um die Illusion zu vervollständigen habe ich mich sogar mit Parfüm besprengt. Stecke bis zu den Ohren in so leichtsinnigen Dingen habe weder Sorgen noch Gedanken sondern nur ein Gefühl von weiß der Teufel wie ich es nennen soll von Glückseligkeit seit ich lebe habe ich mich noch nie so wohl gefühlt. Ivan Alexievich schließt die Augen und schüttelt den Kopf. Ich bin in einer ganz empörenden Weise glücklich sagt er Urteilen Sie doch selbst Gleich gehe ich mein Abteil suchen Dort sitzt ein Geschöpf das ihnen sozusagen mit seinem ganzen Wesen ergeben ist so ein Blondinchen mit einem Näschen mit Fingerchen mein Herzchen mein Engel mein Schätzchen so eine Reble aus meiner Seele und erst das Füßchen mein Gott so ein Füßchen ist doch etwas ganz anderes als unsere Männerfüße es ist etwas winziges bezauberndes allegorisches ich wäre imstande so ein Füßchen einfach aufzufressen Ach sie verstehen doch nichts davon sie sind Materialist und kommen gleich mit ihrer Analyse und ähnlichem Kram ein trockener Junggeselle sind sie und sonst nichts wenn sie einmal heiraten werden sie meiner Worte gedenken wo mag jetzt Ivan Alexević sein und werden sie dann sagen ja gleich gehe ich in mein Abteil dort erwartet man mich mit Ungeduld man genießt meiner Schein schon im Voraus ein Lächeln empfängt mich ich setze mich zu ihr und schüttelt den Kopf und bricht in ein glückliches Lachen aus dann legt man ihr seinen Kopf auf die Schulter und nimmt sie mit der Hand um die Taille im Abteil ist es still wissen sie so ein geheimnisvolles halbdunkel die ganze Welt möchte man in einem solchen Augenblick umarmen pjotr petrovic gestatten sie mir dass ich sie umarmer ich bitte sehr die beiden freunde fallen sich beim lauten Lachen der Mitreisenden in die Arme und der glückliche Neuvermehlte fährt fort und aus lauter Idiotie oder wie es in den Romanen heißt zur Vervollständigung der Illusion geht man ab und zu ins Buffet und stürzt zwei drei Gläschen herunter dann hat man im Kopf und in der Brust ein Gefühl wie man es in keinem Märchen findet ich bin ein kleiner unbedeutender Mensch und doch ist es mir zumute als hätte ich gar keine Grenzen die ganze Welt schließt sich in die Arme dieser angeheiterte glückliche Neuvermehlte steckt die übrigen Fahrgäste mit seiner Freude an und sie wollen nicht mehr schlafen statt des Einzuhörers hat Ivan Alexievich ihre fünf er springt wie auf Nadeln schäumt fuchtelt mit den Händen und schwatzt unaufhörlich er lacht und alle lachen mit das wichtigste meine herren ist möglichst wenig zu denken zum teufel all die analysen wenn man trinken will so soll man trinken und nicht philosophieren ob es nützlich oder schädlich ist zum teufel alle philosophie und psychologie durch den wagen kommt der schaffner lieber freund wendet sich an ihn der neuvermehlte wenn sie durch den wagen nummer kommen so sehen sie dort eine dame in grauem hut mit einem weißen vogel sagen sie ihr daß ich hier bin schön aber in diesem zuge gibt es gar keinen wagen nummer es gibt nur einen nummer meinetwegen nummer ganz gleich also sagen sie der dame daß ihr gatte wohlbehalten hier sitzt iwan alexiewicz greift sich plötzlich an den kopf und stöhnt gatte dame ist es lange her gatte haha prügeln muß man dich und du bist ein gatte ach du idiot und erst sie gestern war sie noch ein mädchen so eine kleine krabbe ich kann's einfach nicht glauben heutzutage kommt es einem sogar seltsam vor einen glücklichen menschen zu sehen sagt einer der fahrgäste viel eher bekommt man einen weißen elefanten zu gesicht ja und wer ist schuld sagt iwan alexiewicz indem er seine langen füße in den sehr spitzen schuhen ausstreckt wenn sie nicht glücklich sind so ist es ihre eigene schuld jawohl was glauben sie denn der mensch ist der schöpfer seines eigenen glücks wenn sie nur wollen so werden auch sie glücklich sein aber sie wollen es gar nicht sie gehen dem glücke einfach aus dem wege so auf welche weise sehr einfach die natur hat einmal festgesetzt dass der mensch in einer gewissen periode seines lebens die liebe kennenlernen soll wenn diese periode einmal angebrochen ist so soll man drauf los leben sie aber wollen nicht der natur folgen und warten immer auf etwas ferner das Gesetz verlangt daß jedes normale individuum in die ehe trete ohne ehe gibt es kein glück wenn der günstige augenblick gekommen ist so soll man heiraten und keine langen geschichten machen sie aber heiraten nicht und warten immer auf etwas ferner steht es in der heiligen schrift daß der wein das menschenherz erfreut wenn man es gut hat und will dass man es noch besser habe so gehe man ans buffet und trinke die hauptsache ist nicht klügeln sondern nach der schablone drauf los hauen die schablone ist eine große sache sie sagen der mensch sei der mensch sei der mensch seines glücks was ist er aber für ein schöpfer wenn ein kranker zahn oder eine schwiegermutter genügt um sein glück zum teufel zu jagen alles hängt vom zufall ab wären sie jetzt in eine eisenbahnkatastrophe geraten so hätten sie was ganz anderes gesagt unsinn protestiert der neue vermählte katastrophen kommen nur einmal im jahre vor ich fürchte keine zufälle weil es keinen grund gibt daß diese zufälle sich ereignen zufälle sind selten ho sie der teufel ich will von ihnen gar nicht reden ich glaube gleich kommt eine haltestelle wohin fahren sie eigentlich fragt pjotr petrowitsch nach moskau oder auch noch südlicher was fällt ihnen ein wiese südlicher wenn ich nach dem norden fahre moskau liegt doch nicht im norden ich weiß aber wir fahren doch noch petersburg sagt aber erlauben sie wir fahren nach moskau wieso nach moskau versetzt der neue vermählte erstaunt merkwürdig wohin lautet ihre fahrkarte nach petersburg in diesem falle muss ich gratulieren sie sind in einen falschen zug geraten eine halbe minute vergeht im schweigen der neue vermählte steht auf und mustert mit blöden blicken die ganze gesellschaft gewiß erklärt ihm pjotr petrowitsch sie sind in bologoje in einen falschen zug gesprungen nach dem cognac haben sie die richtung verwechselt ivan alexiewicz erbleicht greift sich an den kopf und fängt an schnell hin und her zu laufen ach ich idiot schimpft er ach ich gemeiner kerl daß mich die teufel fressen was fange ich jetzt an meine frau sitzt ja am anderem zug sie wartet vergeht vor sehnsucht ach ich narr der neuvermählte läßt sich auf eine bank fallen und windet sich als wäre man ihm auf ein hühnerauge getreten ich unglücksmensch stöhnt er was fange ich jetzt an was nun trösten ihn die mitreisenden es ist doch kein unglück sie telegrafieren ihrer frau und versuchen unterwegs in den schnellzug umzusteigen so holen sie sie ein ja schnellzug jammann der neuvermählte der schöpfer seines glücks wo nehme ich das geld für den schnellzug her das ganze geld ist ja bei meiner frau die mitreisenden lachen tuscheln miteinander veranstalten dann eine kollekte und versehen den glücklichen mit geld ende von abschnitt sechs aufgenommen von franziska paul abschnitt sieben von lustige geschichten dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei der teure hund von anton scheroff übersetzt von alexander eliasberg leutnant duboff ein nicht mehr junger armeeoffizier und der einjährige knaps saßen einmal beisammen und tranken ein prachtvoller hund sagte duboff auf seinen hund milka zeigend ein wunderbarer hund schauen sie nur seine schnauze an was die schnauze allein wert ist wenn man auf einen liebhaber stößt so wird er für diese schnauze allein 200 rubel bezahlen sie glauben es mir nicht dann verstehen sie nichts ich verstehe wohl aber es ist doch ein setter ein rein rassiger englischer setter auf dem anstand ist er fabelhaft und erst die nase mein gott diese nase wissen sie wieviel ich für den hund bezahlt habe als er noch klein war hundert rubel ein wunderbarer hund du schelm milka du dummkopf milka komm mal her komm her mein liebes hündchen duboff zog milka zu sich heran und küßte das tier zwischen den ohren tränen traten ihm in die augen ich gebe dich doch nicht her du schöner hund du räuber du liebst mich doch milka milka marsch fort schrie der leutnant plötzlich den hund an mit den schmutzigen pfoten kommst du mir an die uniform ja knaps 150 rubel habe ich für den hund bezahlt als er jung war also ist da was wert eines tut nur leid ich habe gar keine zeit für die jagd der hund geht ohne arbeit zugrunde er vergräbt seinen schatz darum verkaufe ich ihn auch kaufen sie ihn mir ab knaps sie werden mir ihr leben lang dankbar sein nun wenn sie nicht so viel geld haben will ich ihn ihnen für den halben preis lassen nehmen sie ihn für 50 berauben sie mich nur nein mein lieber entgegnete knaps und seufzte auf wäre ihre milka männlichen geschlechts so würde ich ihn vielleicht kaufen so aber milka ist nicht männlichen geschlechts rief der leutnant erstaunt aus knaps was fällt ihnen ein milka ist nicht männlichen geschlechts haha ist es vielleicht eine hündin haha ein netter knabe versteht noch nicht einen rüten von einer hündin zu unterscheiden sie sprechen zu mir als ob ich blind oder ein kind wäre versetzte knaps beleidigt natürlich ist sie eine hündin dann werden sie vielleicht auch sagen dass ich eine dame bin ach knaps knaps und sie haben doch die technische hochschule absolviert nein mein lieber es ist ein echter reinrassiger rüde noch mehr als das er kann jedem rüten zehn points vorgeben und sie sagen er sei eine hündin haha entschuldigen sie michael iwanowitsch sie halten mich einfach zum narren es ist sogar kränkend nun lassen wir das holen sie den teufel kaufen sie ihn nicht ihnen kann man das gar nicht klar machen bald werden sie sagen dies daß er kein schwanz sondern ein bein also nicht ich wollte ihnen doch nur einen gefallen tun wachameew kognak der bursche brachte eine neue flasche die freunde schenkten sich ihr ein gläschen ein und wurden nachdenklich eine halbe stunde verging in schweigen und wenn es auch eine hündin ist unterbrach der leutnant das schweigen mit einem düsteren blick auf die flasche sie sind wirklich sonderbar das wäre doch nur ihr vorteil sie wirft junge und jeder junge hund ist gleich einen fünfundzwanziger wert ein jeder nimmt sie ihnen gern ab ich weiß nicht warum ihnen gerade die rüten so sehr gefallen die hündinnen sind tausendmal besser das weibliche geschlecht ist dankbarer und anhänglicher nun wenn sie schon das weibliche geschlecht zu fürchten gebe ich sie ihnen für fünfundzwanzig her nein mein lieber ich gebe keine kopeke für den hund erstens brauche ich kein und zweitens habe ich kein geld das hätten sie früher sagen sollen marsch hinaus der bursche brachte eine eierspeise die beiden freunde leerten schweigend die pfanne sie sind ein guter junger knaps zu ehrlich sagte der leutnant indem er sich den mund abwischte es tut mir leid sie so gehen zu lassen holt der teufel wissen sie was nehmen sie den hund geschenkt wo soll ich ihn halten mein lieber sagte knaps seufzend und wer wird sich bei mir mit ihm abgeben also nicht also nicht holt sie der teufel wenn sie nicht wollen dann nicht wo wollen sie denn schon hin bleiben sie doch noch da knaps reckte sich stand auf und griff nach seiner mütze es ist zeit leben sie wohl sagte er gähnend warten sie ich will sie begleiten dubuff und knaps zogen sich an und traten auf die straße die ersten hundert schritte gingen sie schweigend wissen sie niemand dem ich den hund schenken könnte fing der leutnant an haben sie nicht einen bekannten der ihn nehmen würde der hund ist wie sie eben sahen gut und rassenrein aber ich brauche ihn absolut nicht ich weiß wirklich nicht mein lieber was habe ich hier auch für bekannte bis zur wohnung knaps versetzten die freunde kein wort mehr erst als knaps dem leutnant die hand gedrückt und das haustor geöffnet hatte hüstelte dubuff und sagte unentschlossen wissen sie nicht ob die jesigen abdecker hunde nehmen wahrscheinlich nehmen sie welche bestimmt kann ich es ihnen nicht sagen morgen schicke ich ihm mit dem wacher mehfin hol ihn der teufel soll man ihn nur schinden ein abscheulicher köter er macht nur alle zimmer schmutzig und hat gestern auch nur das ganze fleisch in der küche gefressen das gemeine vieh wenn es wenigstens eine gescheite rasse wäre aber er ist weiß der teufel eine kreuzung zwischen einem hofhund und einem schwein gute nacht leben sie wohl sagte knaps das tor fiel ins schloss und der leutnant blieb allein ende von abschnitt sieben abschnitt acht von lustige geschichten dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei librivox.org aufgenommen von fabian grant in oberhausen der dramatiker von anton tschekow übersetzt von alexander eliasberg das sprechzimmer eines arztes betritt ein trübes individuum mit matten augen und katahalischem nach der färbung seiner nase und dem finsteren gesichtsausdruck zu schließen sind ihm alkoholische getränke chronischer schnupfen und philosophische meditation nichts fremdes das individuum nimmt platz und klagt über atemnot sodbrennen melancholie und schlechten geschmack im munde was ist der beruf fragt der arzt ich bin dramatiker erklärt das individuum nicht ohne stolz der arzt fühlt sofort hochachtung vor dem patienten und lächelt ehrfurchtsvoll ein so seltener beruf stammelt er eine menge nervenaufreibender gehirnarbeit das will ich glauben es gibt so wenig dichter ihr leben kann ja wirklich nicht dem leben gewöhnlicher menschen gleichen daher möchte ich sie bitten mir ihre lebensweise zu beschreiben ihre gewohnheiten umgebung und arbeitsweise sehr gerne erwiderte der dramatiker ich stehe auf gegen mittag manchmal auch früher wenn ich aufgestanden bin rauche ich sofort eine zigarette und trinke zwei glas schnaps zuweilen auch drei manchmal sind es auch vier es hängt davon ab wie viel ich am vorabend getrunken habe so und wenn ich nicht trinke dann flimmert es mir vor den augen und der kopf beginnt zu brummen sie trinken wohl überhaupt ziemlich viel nein wieso dass ich auf nüchternen magen trinke hängt wohl mit meinen nerven zusammen wenn ich angekleidet bin gehe ich ins restaurant livorno oder zu savrassenkopf und frühstücke ich habe schlechten appetit zum frühstück nehme ich nur eine kleinigkeit ein kotelett oder eine halbe portion störe mit mehrrettich wenn ich auch drei oder vier glas schnaps zuvor nehme bekomme ich noch immer keinen appetit nach dem frühstück trinke ich bier oder wein je nach meinen finanzen und dann dann gehe ich in irgendeine bierhalle und aus der bierhalle wieder ins livorno wo ich billiard spiele so vergeht die zeit bis etwa 6 uhr dann esse ich zu mittag ich esse schlecht es ist kaum zu glauben manchmal trinke ich vor dem essen sechs und selbst sieben glas schnaps und habe immer noch keinen appetit wie beneide ich die anderen leute alle essen suppe mir wird aber vor suppe ganz übel und ich trinke stattdessen bier nach dem mittagessen gehe ich ins theater das theater regt sie wohl sehr auf entsetzlich ich bin ununterbrochen in großer aufregung und dann kommen noch die freunde und bitten trinken wir noch eins mit dem einen trinke ich schnaps mit dem anderen rotwein mit dem dritten bier und so kommt es dass ich beim dritten akt kaum auf den beinen stehe mit den nerven ist es wirklich nicht auszuhalten nach dem theater fahre ich in den salon oder auf einen maskenball aus dem salon oder vom maskenball kommt man sie werden es selbst wissen nicht so schnell heim es ist noch ein glück wenn ich am nächsten morgen in meiner wohnung aufwache es kommt auch vor dass ich wochenlang nicht zu hause schlafe sie beobachten wohl das leben um sich herum ja das auch einmal waren meine nerven so sehr zerrüttet dass ich ganze vier wochen überhaupt nicht nach hause kam und sogar meine adresse vergessen hatte ich musste mich nach der adresse auf der polizei erkündigen und so geht es beinahe täglich nun wann schreiben sie aber ihre stücke meine stücke wie soll ich es ihnen sagen erwiderte der dramatiker achselzugend alles hängt von den umständen ab wollen sie mir bitte den prozess ihres schaffens beschreiben nun es fällt mir irgendein deutsches oder französisches stück in die hände meistens machen mich aber die freunde darauf aufmerksam denn selbst habe ich keine zeit alles zu verfolgen wenn das stück einigermaßen taugt bringe ich es zu meiner schwester oder kaufe mir für fünf rubel einen studenten diese übersetzen es und ich richte es den russischen sitten entsprechend ein ersetze die ausländischen namen durch russische und so weiter das ist alles es ist aber schwer außerordentlich schwer das trübe individuum rollt die augen und seufzt der arzt beginnt es zu betasten zu behorchen und zu beklopfen aufgenommen von fabian grant in oberhausen abschnitt 9 von lustige geschichten dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei librivox.org aufgenommen von rocktai der gast von anton tschekow übersetzt von alexander eliasberg der winkeladvokat selterski konnte seine augen nur noch mit mühe offen halten die ganze natur schlief bereits die vöglein schwiegen im walde selterskis frau war schon längst zu bett gegangen das dienstmädchen und die übrigen lebenden wesen im hause schliefen bereits selterski durfte aber noch immer nicht ins schlafzimmer gehen obwohl an seinen augenlidern eine zentnerschwere last hing bei ihm saß nämlich sein nachbar der oberst außer dienst peregarin zu gast er war gleich nach dem mittagessen gekommen und saß noch immer wie angeklebt auf dem sofa er berichtete mit widerwärtiger heiserer stimme wie ihn im jahre 1842 zu kremenschuk ein toller hund gebissen hatte als er mit dem bericht fertig war begann er ihn von vorn selterski war verzweifelt was unternahm er nicht alles um den gast loszuwerden er sah jeden augenblick auf die uhr klagte über kopfschmerzen ging alle fünf minuten aus dem zimmer und ließ den gast allein doch nichts half der gast verstand die anspielungen nicht und fuhr in seinem bericht über den tollen hund fort dieser alte kauz wird noch bis zum morgen dasitzen dachte selterski wütend so ein klotz nun wenn er die feinen andeutungen nicht versteht so will ich größeres geschütz ins feld führen wissen sie sagte er laut warum mir das leben in der sommerfrische so besonders gut gefällt na warum weil man hier sein leben beliebig regulieren kann in der stadt ist es schwer sich an eine bestimmte ordnung zu halten während es auf dem lande sehr einfach ist wir stehen um neun auf essen um drei zu mittag um zehn zu abend und gehen gegen elf zu bett um zwölf bin ich immer im bett wenn ich mich nach zwölf hinlege habe ich am nächsten morgen todsicher migräne sonderbar das kommt übrigens ganz auf die gewohnheit an ich hatte einmal einen bekannten einen gewissen hauptmann kyuschkin ich lernte ihn serpuchow kennen dieser kyuschkin also und der oberste begann stotternd schmatzend und gestikulierend von diesem kyuschkin zu erzählen es schlug zwölf die uhr ging auf halb eins er erzählte aber noch immer selterski trat kalter schweiß auf die stirn er will es nicht verstehen er ist einfach dumm glaubt dieser esel vielleicht daß mir sein besuch vergnügen bereitet wie werde ich ihn los sagen sie mal unterbrach er den oberst was soll ich tun ich habe heftige halsschmerzen so ein pech ich besuchte heute einen bekannten dessen kind die diphtheritis hat wahrscheinlich habe ich mich angesteckt ja ich weiß es ganz bestimmt ich habe die diphtheritis es kommt vor sagte perigarin mit größter seelenruhe diese krankheit ist höchst gefährlich nicht nur daß ich selbst krank bin ich kann auch jeden in meiner umgebung anstecken diese krankheit ist in höchstem maße ansteckend daß ich nur sie nicht anstecke herr oberst mich ich habe bereits in typhus spitalern gelebt habe mich nie angesteckt und bei ihnen soll ich mich plötzlich anstecken so ein alter kaus wie ich ist jede krankheit gefeit greise sind zäh wir hatten in unserer brigade einen alten oberst trébière französische abstammung dieser trébière also perigarin erzählte nun von der zähigkeit dieses trébière die uhr schlug halb eins verzeihen sie wenn ich sie unterbreche herr oberst wie spät pflegen sie zu bett zu gehen so gegen zwei oder drei es kommt aber vor daß ich überhaupt nicht schlafen gehe besonders wenn ich in angenehmer gesellschaft sitze oder rheumatische schmerzen habe heute werde ich zum beispiel erst gegen vier zu bett gehen denn ich habe nachmittags ausgeschlafen ich bin übrigens imstande auch gar nicht zu schlafen im kriege kam es vor daß wir uns wochenlang nicht legten ich will ihnen zum beispiel folgenden fall berichten unser regiment stand vor achalzig entschuldigen sie was mich betrifft so gehe ich regelmäßig um zwölf zu bett ich muß immer um neun aufstehen so daß ich unbedingt früher schlafen gehen muß natürlich das frühe aufstehen soll ja auch für die gesundheit höchst zuträglich sein wir standen also vor achalzig ich weiß gar nicht was mit mir los ist bald fröstelt es mich bald vergehe ich vor hitze das habe ich immer vor dem anfall ich muß ihnen sagen daß ich manchmal merkwürdige nervenanfälle habe so gegen ein uhr nachts untertags habe ich diese anfälle nie es summt mir in den ohren ich verliere das bewußtsein springe auf und werfe jedem der zufällig in meiner nähe ist irgendeinen schweren gegenstand der mir gerade in die hand kommt an den kopf finde ich ein messer so werfe ich eben das messer ist es ein stuhl so werfe ich den stuhl jetzt fröstelt es mich wie es jedesmal vor dem anfall kommt es beginnt immer mit schüttelfrost was sie nicht sagen sie sollten doch eine kur durch machen ich habe mich von verschiedenen ärzten behandeln lassen doch immer ohne erfolg ich beschränke mich jetzt darauf daß ich vor den anfällen meine familienmitglieder warne damit sie mir rechtzeitig aus dem wege gehen sonst tue ich nichts dagegen wie sonderbar was es nicht alles für krankheiten auf der welt gibt pests cholera verschiedene anfälle der oberst schüttelte den kopf und wurde nachdenklich eine pause trat ein ich will ihm einmal etwas aus meinen werken vorlesen sagte sich selterski ich habe ja in der schublade noch den roman liegen den ich auf dem gymnasium geschrieben habe vielleicht wird er mir jetzt einen dienst erweisen wissen sie was unterbrach selterski die gedanken seines gastes wollen sie vielleicht daß ich ihnen eines meiner werke vorlese ich habe es in meinen freien stunden geschrieben es ist ein roman in fünf teilen mit einem prolog und einem epilog ohne erst die antwort abzuwarten sprang selterski auf und holte aus der schublade ein altes vergiltes manuskript mit dem titel totes wasser roman in fünf teilen jetzt geht er sicher fort dachte selterski sein jugendwerk durchblättern ich werde ihm so lange vorlesen bis er aufheult hören sie also zu herr oberst mit vergnügen ich höre sehr gern zu selterski begann der oberst kreuzte die beine setzte sich bequemer zurecht machte ein ernstes gesicht und bereitete sich offenbar vor lange und gewissenhaft zuzuhören der roman begann mit einer naturschilderung als die uhr einschlug trat an die stelle der naturschilderungen die beschreibung des schlosses in dem der held des romans graf valentin wohnte wie schön muß es doch sein in so einem schloß zu wohnen seufzte peregarin auf und wie schön ist es geschildert ich könnte mein ganzes leben da sitzen und zuhören warte nur dachte sich selterski auf die dauer hältst du es doch nicht aus um halb zwei trat an stelle des schlosses das schöne äußere des helden um zwei uhr las selterski mit matter gedämpfter stimme sie fragen mich was ich will o ich will daß dort unter der kuppel des südlichen himmels ihr kleines händchen schmachtend in meiner hand beben soll nur dort kann mein herz unter der kuppel meines seelischen domes lebhafter schlagen ich strebe nach liebe nach liebe ich kann nicht mehr herr oberst meine kraft ist zu ende lassen sie es jetzt morgen werden sie es zu ende lesen jetzt wollen wir etwas plaudern ich habe ihnen noch immer nicht erzählt was wir vor achalzig erlebt hatten selterski fiel erschöpft auf das sofa schloss die augen und begann zuzuhören alle mittel habe ich versucht dachte er was er für ein dickes fell hat jetzt wird er bis vier uhr sitzen gott ich gäbe gern hundert rubel wenn er endlich fort ginge ich will einmal versuchen ihn anzupumpen es ist ein erprobtes mittel herr oberst unterbrach er den gast ich muß sie wieder unterbrechen ich will sie um eine gefälligkeit bitten ich habe in der letzten zeit hier auf dem lande ziemlich viel geld ausgegeben ich habe keinen pfennig im hause und erwarte erst ende august geld es ist so spät geworden schnaufte peregarin sich nach seiner mütze umsehend es ist bald drei was haben sie eben gesagt ich möchte mir irgendwo zwei oder dreihundert rubel leihen wissen sie nicht wer mir das geld pumpen könnte wieso sollte ich es wissen es ist für sie zeit zu bett zu gehen leben sie wohl haben sie vielen dank für ihre gastfreundschaft empfehlung an die frau gemahlin der oberste ergriff mit komischer eilfertigkeit seine mütze und ging zur tür wo wollen sie denn hin triumphierte selterski ich wollte sie bitten denn ich kenne ihre güte ich hoffte morgen jetzt wollen sie schleunigst zu bett gehen die frau gemahlin wird im höchsten maße ungehalten sein daß ich sie so lange wachgehalten habe es wäre ja noch schöner wenn ich nur noch eine minute zögerte ich bitte sie dringend lieber freund keine widerrede leben sie wohl marsch ins bett peregarin drückte selterski mit sauer süßem lächeln rasch die hand setzte sich die mütze auf und ging selterski triumphierte ende von abschnitt 9 aufgenommen von rocktai abschnitt 10 von lustige geschichten dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei librivox aufgenommen von boris greff der kater von anton tschechow übersetzt von alexander eliasberg war war da petrovna erwachte und begann zu horchen ihr gesicht wurde blass ihre großen schwarzen augen wurden noch größer und rückten höchstes entsetzen aus denn es war kein traum von grauen erfasst bedeckte sie ihr gesicht mit den händen setzte sich im bett aufrecht und begann ihren mann zu wecken der mann lag zusammengerollt wie eine bretzel schnarchte leise und pustete ihr seinen atem ins gesicht aljoscha schatz wach auf mein lieber ach es ist zu schrecklich aljoscha stellte sein schnarchen ein und streckte die beine warwara petrovna kniff ihn in die wange er streckte sich wieder seufzte tief auf und erwachte aljoscha schatz wach auf jemand weint wer weint was fällt dir ein horche nur ein wenig hörst du es jemand seufzt man hat wohl bei uns ein kleines kind ausgesetzt ich kann es nicht mehr anhören aljoscha richtete sich auf und horchte hinaus das fenster stand offen eine graue nacht blickte hinein zugleich mit dem dufte der fliederbüsche und dem flüstern der linden brachte der leise wind seltsame laute ins zimmer man konnte nicht recht unterscheiden was es für laute waren kinderweinen oder der gesang eines bettlers oder ein heulen eines war nur klar die laute klangen unmittelbar vor dem fenster und kamen nicht aus einer kehle sondern aus mehreren es waren darunter altstimmen diskanzstimmen und tenöre es sind ja katzen war ja sagte aljoscha du dummes kind katzen unmöglich woher dann die bässe die bassstimme gehört einem schwein vergiss nicht dass wir auf dem lande sind hörst du gewiss sind es katzen beruhige dich und schlafe wieder ein vaja und aljoscha legten sich wieder hin und zogen die bettdecken über die köpfe kühle morgenluft zog durchs fenster und sie fröstelten sie rollten sich zusammen und schlossen die augen nach fünf minuten wurde aljoscha unruhig und warf sich hin und her sie lassen einen gar nicht einschlafen das sie der teufel der katzengesang stieg inzwischen crescendo zu den sängern gesellten sich neue katzen mit neuen kräften das leise geräusch unter dem fenster verwandelte sich allmählich in einen unerträglichen lärm das zarteste piano erreichte die stärke eines fortissimo und bald füllte sich die ganze luft mit empörenden lauten die einen kater gaben kurze abgerissene schreie von sich die anderen trillerten wie nach noten mit achtel und sechzehntel tönen andere zogen immer den gleichen gedehnten ton ein kater wohl der älteste und leidenschaftlichste von allen sang mit einer ganz unnatürlichen stimme die bald wie bass und bald wie tenor klang mau mau tu 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 wäre nicht die bekannten zischenden laute dazwischen gewesen so hätte man gar nicht glauben können daß es katzengesang war waria drehte sich auf die andere seite und brummte etwas vor sich hin aljoscha sprang auf sandte ein kräftiges schimpfwort ins freie und schloß das fenster ein fenster ist aber eine höchst unvollkommene sache es ist für schall licht und elektrizität durchlässig ich muß um acht uhr aufstehen und in den dienst sagte aljoscha empört sie schreien aber so daß man gar nicht einschlafen kann diese satans schweige du wenigstens du winselst mir die ohren voll was kann ich denn dafür die kater gehören doch nicht mehr jag sie doch weg schatz der mann ließ wieder ein kräftiges schimpfwort los sprang vom bett und ging ans fenster die morgendämmerung brach bereits an aljoscha sah zunächst auf den himmel und entdeckte nur einen matt flimmernden stern im laube der linde regten sich die spatzen die das beim öffnen des fensters entstandene geräusch aufscheuchte aljoscha sah hinunter und erblickte etwa zehn kater mit hocherhobenen schwänzen ging sie zischend mit gekrümmtem rücken dromedaren gleich um ein reizendes kätzchen herum das auf einem umgestülpten eimer saß und sangen es war schwer zu entscheiden was sie mehr bewegte die liebe zum kätzchen oder das bewusstsein der eigenen würde hatte sie die liebe hergeführt oder die absicht ihre würde zur schau zu stellen in ihren beziehungen zueinander konnte man den verfeinerten hass erkennen jenseits des gartengitters stand ein mutterschwein mit ferkeln und grunzte denn es wollte in den garten fort zischte aljoscha pst ihr satans fort die kater schenkten aber dem keine beachtung nur das kätzchen warf ihm einen kurzen gleichgültigen blick zu es war zu glücklich um sich irgendwie für aljoscha zu interessieren psscht das euch der teufel war ja reich einmal die wasserflasche her ich will ihnen eine dusche machen war ja sprang aus dem bett und reichte ihm nicht die wasserflasche sondern den wasserkrug vom waschtisch aljoscha beugte sich vor und neigte den krug ach meine lieben freunde sagte plötzlich eine stimme über seinem kopf nein diese jugend darf man denn so etwas tun ach diese jugend aljoscha sah hinauf und erblickte eine gestalt in einem schlafrock aus groß geblümtem cartoon auf den schultern dieser gestalt saß ein kleiner kopf mit einer nachtmütze auf den ergrauten haaren ein trockener seniger finger drohte der greis saß am fenster und sah unverwandt auf die kater seine augen leuchteten in höchster verzückung als ob er ein ballett vor sich hätte aljoscha riß den mund auf erbleichte und lächelte exzellenz geruhen zu schlafen fragte er ganz dumm es ist nicht schön mein herr sie kämpfen gegen die naturgesetze sie untergraben sozusagen die gesetze der schöpfung es ist nicht schön was geht das sie an es sind doch lebende wesen oder wie glauben sie doch lebende wesen man soll es würdigen ich muss ihnen meine missbilligung aussprechen mein herr aljoscha erbleichte schlich sich auf den zähnen zum bett und legte sich leise hin es ist mein vorgesetzter flüsterte aljoscha in eigener person er schläft nicht er delektiert sich an den katern der satan es ist schrecklich unter seinem vorgesetzten zu wohnen junger freund hörte aljoscha nach einigen minuten wieder die greisen stimme wo sind sie treten sie doch ans fenster aljoscha ging zum fenster und blickte zum alten hinauf sehen sie diesen weißen kater wie finden sie ihn er gehört mir seine manieren nein diese manieren dieser gang sehen sie doch nur hin miau miau was jaka du schelm was für einen schnurrbart er hat der kerl ist von echter sibirischer rasse das kätzchen das kätzchen wird wohl nicht widerstehen können mein kater war immer der sieger sie werden sich gleich davon überzeugen nein diese manieren aljoscha sagte daß er das feld des katers hervorragend schön finde er habe in seinem leben kein so auserlesenes exemplar von einem katertier gesehen der greis begann ihm nun die gewohnheiten seines katers zu beschreiben er kam in schwung und erzählte bis zum sonnenaufgang er erzählte mit begeisterung wobei er fortwährend schmatzte und seine senigen finger beleckte so konnte aljoscha in dieser nacht gar nicht einschlafen auch in der nächsten nacht gegen ein uhr begann die kater wieder ihren gesang und weckten varja aljoscha wagte nicht mehr sie zu vertreiben denn unter ihnen befand sich der kater seiner exzellenz aljoscha und varja mussten bis zum frühen morgen das katzenkonzert anhören ende von abschnitt 10